Mein Name ist Mirko Arendt, ich bin Geschäftsführer der Messe Idar-Oberstein und melde mich von der Mineralienwelt 2022, die wir heute und morgen aus Idar-Oberstein veranstalten. Ich darf mich sehr bedanken bei unseren 60 Ausstellern aus zehn Ländern, die das hier zu einem einmaligen Event gemacht haben, so dass wir sehr, sehr viele Besucher begrüßen konnten, die die ganze Bandbreite von Fossilien, Mineralien, Edelsteinen und Schmuck bewundern und kaufen konnten. Großer Dank geht auch von unserer Seite an unseren Sonderschauveranstalter, den Sebastian Stoll, der hier eine großartige Sonderschau mit Fotografie in einer speziellen Form zu Edelstein präsentiert hat, was man auch noch weiter erleben kann. Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Stoll und ich freue mich, dass ich mit meinen Steinkunstbildern die Sonderschau der diesjährigen Mineralienwelt begleiten darf. Ich habe hier Bilder aus den Steinen, die ich selber aus der Region finde, Arhat, Jaspis und Kristall, die ich anschleifen lasse und dann künstlerisch transformiere und in Bilder drucke wir sind froh, dass wir auch die Edelsteinkönigin begrüßen konnten, die diesen Tag auch wirklich außergewöhnlich gemacht hat, weil sie durch ihre Repräsentanz nicht nur die Region unterstützt, nicht nur die Branche, sondern auch die Messe und das so attraktiv ist, dass unsere Besucher das auch immer wieder als großes Highlight empfinden. Deshalb wollen wir im nächsten Jahr die Mineralienwelt wieder in Edeloberstein veranstalten, dann zum zwölften Mal und ich freue mich jetzt schon auf Ihre Kommentare, Anregungen auf Ihren Besuch oder Ihr Interesse als Aussteller. Danke und bis dahin 2023!